Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zagboy A Big Adventure. Die letzten Bonuslevel haben aus uns Freunde gemacht, auch wenn der Epi mich ständig versucht hat umzubringen. Ich habe ihn vergeben. Deswegen werden wir nicht noch einmal heute gewalttätig werden. Ich böse an. Ich wollte dir nur zuvorkommen, weil du mal so fies zu mir bist. So und wir gehen jetzt einfach in das Level rein. So. Ich bleib jetzt die. Leg dich nicht mit dem Punk an. Alles Elektro. Das hört sich irgendwie nicht sehr einladen an. Das sind bestimmt so alle, die diese Elektroschocks geben. Ja, ich wollte euch noch einen Tipp mitgeben. Das kann ich gleich machen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt. Ui, ui. Nämlich, wenn ihr einen tollen Partner habt, um mal gar keinen Bock irgendwas zu machen, drückt ihr einfach den rechten Stick und dann lasst ihr euch einfach mitnehmen. Und nichts kann euch was anhaben. Und euer Partner muss den ganzen Quatsch dann alleine machen. Ist das nicht cool? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich hier runterkomme. Warte mal. Ach so, so. Okay. Aber ich habe das Ding auch, ne? Oh, ja, ich habe es auch. Juhu. So. Warte. 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 Du hast mich getötet. Nee, du musst hier rechts auch noch rein. Hör sie jetzt mal auf. Du musst doch hier rechts noch hin. Ja, da bin ich ja gestorben gerade. Ja, aber warum? Weil ich da gestorben bin. Oder musst du nur hier hoch? Nee, was? Ich musste nur da hoch. Ach so. Oh. Ich wollte den eigentlich holen, aber so geht es auch. Wieso kann man die eigentlich nicht ranziehen? Ja, das finde ich auch blöd. Oh, das Malzweiß ist aber fies da hinten. Ich glaube, das kriegen wir nur... Können wir das nicht von hier anziehen? Hey. Warte. Ich wollte das Ding nehmen. Geh doch mal weg da. Kann ich damit rüberspringen? Nee. Versuchen mal. Ich hab mich für dich geopfert. Dankeschön. Oh, scheiße. Wie kommt man da an weiter? Was da rein? Äh. Wieso ist sie nicht da reingesprungen? Was war denn das? Okay. Ich bin ja nicht so. Ja, ist klar. Hast du gehört? Ja, leider. Warte. Uh. Ich halt mal hier unten Wache. Äh. Und jetzt? Keine Ahnung. Geht so nicht. Achso. Oh, das war aber klappend. Oh, scheiße. Ey. Ich bin aus Versehen da reinkatapultiert. Nee, nee. Du bist da reingegangen. Nein. Ich wollte gucken, was da oben ist. Und auf einmal bin ich da reinkatapultiert. Worden. Scheiße. Ah. Dann muss ich ganz ruhig sterben. Ich hab hier. Siehst du aus? Ich hab's. Aber uns fehlen immer noch drei. Oh. Hallo. Ich hab auf den Ballon gezielt. Warte mal. Ist hier unten was? Was ist das denn? Nee. Meinst du die? Oh. Ey, warte doch mal auf mich. Ja, ich bin noch hier. Oh, nee. Was geht das wieder los? Oh, oh. Jetzt kann ich nicht mehr... Oh. Ich bin zu weit. Du gehst trotzdem immer auf meine Seite. Das ist nicht nett. Aua. Bleib auf deiner Seite. Ach, du Scheiße. Ernsthaft? Du musst nur mit dem Flow gehen. Da, den einen brauchen wir noch. Warte mal, links ist noch was. Nein, nicht da reingehen. Nicht da reingehen. Boah. Blöd, Mann. Der hat mich fast da reingebockst. Nein, lass das. Haben wir hier rechts alles? Weiß ich nicht. Da vorne können wir was dann hier. Guck doch mal hin. Aua. Nein, hier ist... Es waren nur die Leuchten. Ey, der hat mich bis nach hier vorne geboxt. Ich hab gedacht, der wirft mich jetzt da rein. Geh mal weg. Boah. Nein. Nein. Hallo. Geht's noch? Ich bin noch da drauf gewesen. Oh, das war beendet. Ne, geh da hin, geh da hin. Warum? Weil das Level dann beendet wird und ich wieder da bin. Lach mich nicht aus. Hör auf, mich immer wegzuwerfen. Warte mal, warte mal, warte mal. Der, der fotografiert wird, der wird gleich weggezogen. Du, warte mal. Bleib mal da stehen. Ne, bleib mal da stehen. Mal gucken, wie das aussieht. Ach ne, das kann... Doch, das... Ne, das kann ich nicht mehr. Ach, schade. Wieso hat der die Kralle nicht genommen? Der hat genau in dem Moment, wo die Kralle dahinter war, hat der fotografiert. Weil ich so gut bin. Ich bin ein Kapitalist. Wir haben drei Dinger nicht, ey. Ich hab ne Errungenschaft freigeschaltet. Was ist denn was? Ja, wir spielen das irgendwann nochmal durch, um dann alles so komplett auf 100% zu bringen. Das Ding hat dich doch geholt. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Ja, aber im Spiel. Ja, aber jetzt mach das so. Ja, genau. Warte mal, warte mal. Der hat jetzt den Würfel kompletiert hier. Ja, aber das sind die Strickritterprüfungen. Willst du die wirklich machen? Nein, 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 nein. Komm mal eben hier hoch. Und, ja, wir müssen noch diesen Shop, wollten wir noch mal kurz reingehen. Ja, der ist wahrscheinlich drüben auch, aber du wolltest ja vorher mal eben da rein, ne? Willkommen bei Sum Sum. Wir akzeptieren jeden Fall von Salonsmittel. Ich habe fast 2000. Du hast mit Aqua noch gar nicht gespielt. Das hast du dir doch geholt. Ah, Tiefseetaucher, den hätte ich mir vorher holen müssen. Ja, aber ich wollte Aqua haben. Tiefseetaucher kostet nur minimal mehr. Ich hole mir Aqua. Aqua, Aquana, Aqua, 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 Aqua. Ausrüsten, ja. Fürs nächste Level. Den muss ich mir noch holen. 836. Dann könnte ich den Wikinger noch machen, theoretisch. Oder ich könnte zwei von denen hier oben. Genau. Obwohl. Ja doch, da gebe ich dann im Endeffekt mehr insgesamt aus. Dann nehme ich erstmal die beiden oben. So, ich habe nur noch 136 und so. Ich habe noch 135. Ach, Mist. Ich bin Aquana. Aqua, Aquana. Bin ich nicht hübsch? Kann ich das hier nicht um? Nee, ich ziehe nicht gleich um. Dann müssen wir noch einen machen. Ich bin Aqua, Aquana. Was passt hier so schön? Aber jetzt ist ja kein Wasser mehr. Das nächste ist ja ein anderes. Ach nee, jetzt kommt der Endboss, ne? Der Endboss. Ich habe mich extra umgezogen für den Endboss. Dann ziehe ich mich auch um. Ja. Ich nehme Aqua. Die möchte ich zwar nicht so oft. Ja, den war ich am überlegen. Dann habe ich mir gedacht, nee, erstmal Aqua und dann den daneben. Ich meine aber, beim letzten Mal war der gar nicht dabei. Ändern die bin ich? Doch, doch, doch. Aber ändern die bin ich irgendwann mal? Die Dinger da? Du kannst, glaube ich, da drin irgendwie immer welche freischalten. Deswegen haben wir auf einmal so viele mehr. Ja, aber haben wir ja jetzt eigentlich gar... Ja gut, die sind aber freigeschaltet. Ich meine, zum Kaufen bin ich immer nicht. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Och nee, ne? Wollen wir nochmal gehen? Schnappt ihn! Oh ja, stimmt. Die streiken. Weil ich sie nicht bezahlt habe. Also gut. Du erledigst diesen Wechs und wir reden nicht mehr darüber. Ich habe nichts gesehen. Und ich will zu Krabbenpuppern mit Chili und Ingres dem Wehlen. Wenn das nicht stimmt. Warte, hier oben ist was. Wie kommen wir da hin? Achso. Ah, warte. Ich wollte gerade sagen, ich könnte dich vielleicht da hinwerfen. Aber gut, so geht es natürlich auch. Ich habe es so schon gemacht. Warte aber, die gehen immer weg, denk dran. Ich habe mich schwer... Oh, danke, dass die... Die gehen immer weg und dann geht es da rüber. Das ist total link gewesen. Wieso? Ich habe gesagt, denk dran. Und dann sind sie weggegangen. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Du hast mich in die Tiefe und andere Seite. Du hast mich in die Tiefe gestürzt. Roll, roll, roll. Ich bin aber... Oh. Ich bleibe jetzt unten. Warte da aber am Rand, sonst kann ich nichts sehen. Da kommt so ein Ding noch hoch. Da ist noch eins. Ja, ganz ehrlich, das ist ja wohl... Oh. Entschuldigung. Warte. Warte, warte, warte. Ich muss davor. Wollt ihr mich verarschen? Nein! Wieso hat das Ding mich weggeboxt? Beim Drehen hat mich das weggeboxt. Würdest du mich verarschen? Äh... Würdest du mich veräppeln? Was denn jetzt? Ja, das Ding. Was sich dreht. Du musst für uns beide überleben. Du bist der Last of Us. Warum kommen hier diese Dinger nicht? Ich muss doch mal unten die Nilern. Mach doch die Nilern. Ja. Ich hätte da hochgehen sollen mit dem, oder? Ich weiß, es gibt doch was gewesen, ja. War da oben was? Da ist ein Checkpoint. So, hier ist ein Checkpoint. Sollen wir mal eben gucken? Ja, nicht, dass du so eine Pugel... Ja, aber ich glaube nicht... Das könnte was sein, aber ich glaube, so hoch kommst du gar nicht, oder? Oh! Was siehst du? Oh, oh! Aber ich sehe nichts. Ich habe die Kugel. Ich habe es geahnt. Du hast ausnahmsweise mal was richtig gemacht. Oh! Ab, komm! Lass dich nicht... Nein! Ist ein Loch drin? Nein. La, 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 la. Oho. Oh, 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 oh. Nein. Aua! Wo muss ich hin? Nein, nein, nein. Hier rein! Oh! Ja, ich habe uns mal... Ich bin nämlich gestorben. Oh! Oh, ey. Warte mal. Nein, 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 nein. Ich war schon im Rollen. Aber das ist der Endpost, nehme ich an. Oh, schön, dass du hier bist. Dieser Gezeitendiebstahl macht doch mit Publikum noch viel mehr Spaß. Ich habe einen Schutz. Das ist aber auch nötig. Ich... Du und ich... Wir haben so viel gemeinsam. Du wolltest Abwechslung, Abenteuer und ich sorge dafür. Also komm schon, lass uns die kunstvolle Welt gemeinsam neu aufbauen. Deine Sackfreunde würden das auch wollen. Siehst du? Mein auf den Kopfsteller ist fast fertig. Bald ist der Aufruhr überall. Mit Chaos, Aufregung und Angst. Du kannst es nicht ändern. Du kannst es nicht ändern. Also werde Teil davon. Was meinst du? Hm? Das wirst du beruhen. Niemand weist mich ab. Ich meine, du hörst dich an wie ein Politiker. Hm. Ich mag keine Politiker. Lass uns den platt machen. Der Wechs und Zierer oder was? So, jetzt... Jetzt verletze ich dich. Keine Sorge. Ich habe dein Lieblingsspielzeug nicht. Muss wieder ab, ne? Diese Bombe braucht eine U. Was? Diese Bombe braucht eine U. Wir kommen gleich zur nächsten Phase. Das ist nicht gut. Wir wechseln den Kurs. Oh, 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 oh. Aber das ist das Gleiche wie bei dem letzten. Das ist irgendwie... Ah, ich bin runtergefallen, ja. Das ist kein Spaß mehr. Nein. Ich bin auf deiner Seite. Wo bist du bei mir? Nein. Aua. Willst du meine geheime Angeltechnik sehen? Bitte sehr. Oh, lauf, Mann. Nein. Oh. Ich habe eine nicht gekriegt. Ja, habe ich eben auch nicht. Vor, zurück, vor, zurück. Na, schon schwindelig. Ja. Ehrlich gesagt, ja. Mir ist gerade ein bisschen übel. Oh. Nein. Oh. Gib mir Bomben, aber nicht in dieser Phase, bitte. Jetzt bringen wir die Lage zum Kochen. Uh. Wechseln, wechseln. Oh, das Ding kann ich nicht nehmen. Ich muss ausweichen, wenn der Arm kommt. Ich habe eine getroffen. Ich auch. Oh. Ich habe, ja. Bald werden deine schlimmsten Albträume wahr werden. Und du kannst nichts tun, um mich aufzuhalten. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber du kannst sie noch retten. Es gab schon viele Strickritter in der Geschichte der kunstvollen Welt. Und keiner von ihnen wollte je aufgeben, egal was auch geschah. Ist ihre Zeit um, steigen sie in die Fantasiesphäre auf, um über uns zu wachen. Also, denk dran. Du tust das alles nicht allein. Ah. Ja, ja, ja. Und mich hast du auch noch. Also, wo willst du als nächstes hin? Hm. Wenn er hinter Sternen her ist, gibt es keinen besseren Ort als die interstellare Kreuzung, die nie eine Sackfigur zuvor betreten hat. Nein, warte. Ich glaube, ich war schon mal da. Das haben wir super gemacht. Und jetzt machen wir das mal, ohne dass wir den anderen schlagen. Auch wenn du besser bist, versprochen. Nee, ich war nicht besser. Wie kann der auch das? Oh, jetzt würde ich dich wirklich gerne schlagen, ne? Ganz ehrlich. Ich war das Doppelbeste. Nee, 1000. Ja, aber wie kannst du mehr haben, wenn wir beide genauso viel da drauf hauen? Das weiß ich auch nicht. Ach nee, das Level davor wird ja noch mitgezählt. Ja, da bin ich zweimal gestorben, glaube ich, ja. Tief drin heißt das Level. Uh. Jetzt können wir mit dem Raumschiff weggehen. Jetzt. In eine andere Welt. Jetzt darf ich dich wieder schlagen. Ha 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 ha. Aua. Juhu, komm mit. Ich bin nicht so ein Raumanzug entfernt. Das ist eigentlich ein Daueranzug. Ja, und das heißt, irgendwie hat er jetzt gerade was anderes gemacht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt das, dass wir auf diesen Planeten dann in der nächsten Folge landen werden. Weil das war der Abschied. Haben wir hier immer gestoppt, glaube ich, ne? Ja. Dann kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Was ist denn jetzt? Geht das jetzt weiter? Muss oder drücken? Am nächsten Donnerstag wird zurückgeschissen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Dann. Dann. Vielen Dank.